Du möchtest eine eigene Internetseite auf dem Raspberry Pi betreiben bzw. interessierst dich dafür, wie man so eine Seite selber entwickeln kann? In diesem Video möchte ich Anfängern einen ersten Einblick über die technischen Hintergründe des Ganzen geben. Ein folgendes Video wird euch natürlich auch noch aufzeigen, wie ihr das Ganze nachher in der Praxis auch wirklich auf eurem Pi umsetzen könnt, aber in diesem Teil möchte ich mich zunächst einmal auf das Konzept fokussieren, dass ihr auch ein gewisses Verständnis habt, wie das Ganze nachher funktioniert. Und damit willkommen auf deinem Raspberry Pi Kanal für den deutschsprachigen Raum. Um eine Internetseite zu betreiben, muss diese gehostet werden. Das bedeutet, die Seite liegt auf einem Server, der entsprechend eingerichtet wurde, um die gewünschte Seite über das Internet bereitzustellen. Hierzu kommt das HTTP-Protokoll zum Einsatz, das seit Jahrzehnten die Grundlage für das heutige Internet bildet, wie wir es kennen. Informationen und Funktionen lassen sich damit überall und auf jedem Endgerät bereitstellen. Ob es sich um einen Computer, Laptop, Handy oder Smartphone handelt, ist dabei egal. Selbst auf spezielleren Geräten, wie zum Beispiel im Internet der Dinge oder auf Anzeigetafeln, kommt diese Technik im Hintergrund zum Einsatz. Wie funktioniert denn das Abrufen einer Internetseite per HTTP? Der Browser eines Clients, beispielsweise auf einem Laptop oder auf einem Smartphone, sendet eine Anfrage an den Server, eine bestimmte Seite auszuliefern. Etwa eine Suchmaschine wie Google oder Ecosia. Auf dem bzw. den Servern von der Suchmaschine läuft ein Web-Server, der speziell für das HTTP-Protokoll ausgelegt ist und diese Anfrage bearbeiten kann. Als Antwort sendet er HTML an den Client. HTML ist eine Auszeichnungssprache. Das HTML-Dokument umfasst alle Informationen einer Internetseite. Metadaten wählen über den Titel der Seite und natürlich aber auch dessen Inhalt. Der Inhalt wird dabei strukturiert, beispielsweise ob es sich um eine Überschrift oder um einen Absatz handelt. Auch das Darstellen von fetten oder kursiven Elementen und andere Formatierungen lassen sich mit HTML festlegen. Der Browser stellt diese dann entsprechend der Anweisung dar. Ergänzt wird HTML von CSS, womit sich das Aussehen der Seite ändern lässt. Wie groß soll etwa eine Überschrift sein? In welcher Schriftart? Soll eine Box mit einem Rahmen versehen werden? Wenn ja, welche Art und in welcher Farbe? Wie viel Abstand möchte man zwischen Überschrift und Text haben? Solche und viele weitere Gestaltungselemente lassen sich mit CSS steuern. Möchte man Logik im Client abbilden, benötigt man JavaScript. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Nachladen von Inhalten. Eine Nachrichtenseite möchte etwa neue Nachrichten für den Nutzer direkt präsentieren und ihn darauf hinweisen. Das kann HTML nicht abbilden, denn sobald der Webserver die Antwort an den Client zurückgesendet hat, lässt sich diese nicht mehr direkt vom Server verändern, bis der Nutzer eben einen Link anklickt oder die Seite per Hand neu lädt. Der Browser interpretiert das HTML, lädt das referenzierte CSS sowie JavaScript und stellt die komplette Seite mithilfe dieser Bausteine dar. Zusätzlich kann der Webserver aber auch andere Dateien per HTTP ausliefern, wie zum Beispiel Bilder oder Videos. Diese kann man mit HTML ebenfalls einbetten, sodass ein Bild vom Webserver geladen und an einer bestimmten Stelle dargestellt wird. Generell wird bei Webseiten zwischen sogenannten statischen und dynamischen Seiten unterschieden. Die ersten Internetseiten waren früher statisch. Das bedeutet, jeder Besucher bekam exakt die gleiche HTML-Seite zu Gesicht. Heutige Ansprüche erfüllt das aber oft nicht mehr. Mehr Möglichkeiten bieten deswegen dynamisch generierte Inhalte. Für jeden Seitenaufruf wird auf dem Server Programmcode ausgeführt, der unterschiedliches HTML erzeugen kann und damit sowohl Inhalte als auch das Aussehen der Seite anhand von verschiedenen Bedingungen anpasst. Beispielsweise um bestimmte Dinge ein- oder auszublenden, wenn der Nutzer angemeldet ist. Dies kann mit verschiedenen Programmiersprachen durchgeführt werden. Eine der bekanntesten ist PHP. Die grundsätzliche Funktionsweise ist dabei aber immer gleich, egal welche Sprache man nutzt. Der Webserver liefert zum Beispiel eine PHP-Datei nicht direkt aus, sondern führt erstmal den Programmcode darin auf dem Server aus. Dieser Programmcode enthält eine Logik, die HTML erzeugt. Dieses HTML kann jedoch bei jedem Aufruf anders aussehen. Ein einfaches Beispiel, an dem man sich das vorstellen kann, ist, wenn dieser Programmcode irgendwo auf der Seite das aktuelle Datum mit der Uhrzeit ausgeben soll. Dies würde sich dementsprechend sekündlich ändern, wodurch dann dementsprechend der HTML-Code jedes Mal anders aussieht. Welche Vorteile bringt uns denn das? Nun, das sind eine ganze Reihe, denn wir können Daten aus verschiedenen Datenbanken beziehen oder speichern. Das können zum Beispiel Beiträge eines Blogs sein oder auch andere Inhalte, sogar von Drittanbieterquellen. Das Aussehen unserer Seite lässt sich mit Vorlagen einheitlich gestalten und einfach verändern. Layout und Inhalte werden getrennt. Auf dem Raspberry Pi besonders interessant? Es lassen sich Daten ausgeben oder darstellen, die von Sensoren oder anderen angeschlossenen Geräten bezogen wurden. Ist zum Beispiel ein Temperatursensor angeschlossen, kann man sich dessen Messwerte anzeigen lassen und auch diese im Verlauf begutachten. Und zwar auch auf anderen Geräten, da sich eine Webseite nahezu überall öffnen lässt, egal auf welchem Endgerät. Funktionen wie zum Beispiel eine Benutzeranmeldung mit Registrierung lassen sich mit entsprechenden Berechtigungen erst dadurch realisieren, die mit reinem statischen HTML nicht umgesetzt werden können. Ein Beispiel, ein angemeldeter Benutzer soll zum Beispiel Blog-Einträge erstellen können, ein nicht angemeldeter soll sie bloß lesen können. Solche Systeme kann man selber programmieren, was zu Lernzwecken durchaus sinnvoll ist. Man muss es aber nicht, denn es gibt auch viele fertige Systeme, die bestimmte Funktionen erfüllen. Ein Content-Management-System, kurz CMS, bietet sich etwa für Webseiten oder Blogs an. Eines der bekanntesten ist WordPress. Damit kann man eine komplette Webseite oder auch Blogs, ganz ohne Programmierkenntnisse, erstellen und umsetzen. WordPress basiert übrigens auch auf PHP und kann daher genutzt werden, wenn man sich einen Webserver mit PHP eingerichtet hat. Mit welcher Programmiersprache kann ich mir denn nun eine dynamische Webseite programmieren? PHP ist die mit Abstand am meisten genutzte Skriptsprache für dynamisch generierte Internetseiten und Web-Anwendungen. Sie kam aktuell in rund 75% der Top 10 Millionen Internetseiten zum Einsatz, bei denen sich ermitteln ließ, welche Analogie sie verwenden. Es gibt aber auch einige Alternativen. Obwohl ASP.NET, Ruby, Java, JavaScript und Python vergleichsweise wenig Verbreitung genießen, kann man mit ihnen grundsätzlich ebenso dynamische Webseiten erstellen. Gerade im Bereich von Web-Anwendungen, die oft komplexer sind als reine Webseiten, sind diese tendenziell verbreiteter. Grundsätzlich lässt sich theoretisch nahezu jede Sprache nutzen. Sprachen mit einer gewissen Verbreitung haben eben natürlich den Vorteil, dass sie viele Ressourcen durch eine große Community bieten, etwa Lernmaterialien und verfügbare Bibliotheken, um effizienter arbeiten zu können. Es gibt also eine große Menge an Sprachen, die ich benutzen kann. Doch welche davon sollte ich denn nun verwenden? Nun, zunächst einmal, datische Seiten können für einfache Internetseiten ausreichen, wenn diese sich nicht großartig verändern sollen. Beispielsweise zur Reihenbereitstellung von Blogartikeln, ohne Login oder andere Interaktionsmöglichkeiten. Das händische Erstellen von HTML-Seiten ist für einen Einsteiger in Ordnung, um die ersten Schritte zu erlernen. In der Praxis ist das für den Produktivbetrieb jedoch eher unflexibel, vor allem in der Pflege. Hier empfiehlt sich ein CMS, welches die HTML-Seiten generieren kann. Beim Arbeiten mit dem Raspberry Pi wird man mit statischen Seiten doch schnell an die Grenzen stoßen, spätestens wenn man zum Beispiel mit Sensordaten arbeiten möchte. Und gerade das ist ja auf dem Pi relativ verbreitet, dass man hier experimentiert, dass man bastelt, dass man ausprobiert. Drum wird man hier oft mit dynamischen Seiten arbeiten, um das umzusetzen. PHP wird aufgrund seines einfachen Einstiegs oft für Anfänger empfohlen, bietet gegenüber ASP.NET und Java beispielsweise aber eine schwächere Typisierung. Jede dieser Technologien hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, die den Rahmen dieses Beitrags sprengen würden. Als Anfänger halte ich diese Wahl aber auch für sekundär. Wichtiger ist, dass man grundlegende Konzepte lernt. Bei einer einzigen Sprache wird man zudem heutzutage ohnehin kaum bleiben, was darüber hinaus auch den Horizont schärft. Denn wie soll man auch das beste Werkzeug für eine Aufgabe finden, wenn man in der Praxis nur eine einzige Sprache kennt? Wer zum Beispiel nur PHP-Erfahrungen besitzt, kennt starke Typisierung höchstens aus Lehrbüchern. Ein reiner Java- oder C-Sharp-Entwickler dagegen kann schwache Typisierung gar nicht einschätzen. Auch wenn PHP seine Schwächen hat, ist es kein Fehler, sich mit dieser Sprache zu beschäftigen. Solltest du dir, aus welchen Gründen auch immer, zunächst eine andere Sprache anschauen möchten, ist dies ebenfalls in Ordnung. Vor allem, wenn du Gründe dafür hast, solltest du das durchaus tun. Mit einem gewissen Bereich an Grundlagen wirst du dich in jeder Sprache beschäftigen, egal ob es nun PHP, Java, Python oder eine andere ist. Dieses Grundwissen wird dir auch helfen, wenn du eine andere Sprache lernst, da gewisse Datentypen, wie zum Beispiel Strings, Integers etc. in so ziemlich jeder Sprache gleich oder zumindest sehr ähnlich sind. Wenn du dich vielleicht schon ein wenig mit Hosting beschäftigt hast, dann kann man sich jetzt die Frage stellen, warum bietet sich der Python überhaupt für das Betreiben einer Homepage an? Wie bereits anfangs erwähnt, benötigt eine Internetseite erstmal einen Server, der 24-7 läuft. Denn wenn dieser nicht läuft, ist die Seite natürlich auch nicht erreichbar. Dafür kann man einen kommerziellen Hoster wählen. Kostenfreie Anbieter gibt es auch, die bieten aber oft jedoch nicht die beste Leistung. Selbst bei kostenpflichtigen Hostern gibt es Einschränkungen, die je nach Anwendungszweck und Bedarf variieren können. Bei einer private Homepage, die in der Regel ja auch nicht so mega viele Besucher hat, reicht der Pi leistungstechnisch oft völlig aus, selbst ein älteres Modell. Aufgrund seines geringen Strombedarfes ist er zudem eine gute Möglichkeit, um flexibel als Miniserver zu dienen, ohne extreme Kosten zu verursachen. Ein Video zum Stromverbrauch habe ich schon mal gemacht, das verlinke ich euch oben, da könnt ihr es gerne im Detail nachgucken. Und dort findet ihr auch eine Beispielrechnung, wie viel der Pi in verschiedenen Nutzungsszenarien an Strom verbraucht, sowie was das an konkreten Kosten in Euro erzeugt. Darüber hinaus bietet er aber weitreichendere Möglichkeiten als ein Hosting-Paket. Beispielsweise keine Sensordaten auslesen und auf einer Homepage darstellen. Außerdem lassen sich zusätzliche Anwendungen darauf betreiben. Neben der eigenen Webseite könnte man zum Beispiel eine kleine private Cloud dort hosten und seine Daten ablegen. Dies würde in öffentlichen Clouds zusätzliche Kosten verursachen und man besitzt eben auch nicht die Datenhoheit. Ausländische Anbieter bieten zudem oft ein deutlich geringeres Datenschutzniveau, vor allem in unsicheren Drittstaaten, wie zum Beispiel den USA. Zum Schluss sei aber auch gesagt, der Pi kann zwar vieles, ist aber kein Allheilmittel. Für besonders umfangreiche Seiten mit vielen Besuchern ist er möglicherweise zu schwach. Zudem benötigt man auch einen Internetanschluss mit einer gewissen Upload-Bandbreite. Wer in einem sehr schlecht ausgebauten Gebiet wohnt, hat diese Möglichkeit gegebenenfalls gar nicht und muss zu einem externen Host ergreifen. Dies sollte man vorab im Einzelfall prüfen und hängt zusätzlich auch von euren Anforderungen ab. Für eine einfache, textbasierte Homepage sind die Anforderungen geringer, wie wenn dort zum Beispiel hochauflösende Bilder bereitgestellt werden sollen. Hat euch das Video gefallen und geholfen? Wünscht ihr euch weitere Anleitungen, die hier ein bisschen tiefer in die Thematik eingehen, die euch das Hosting aufzeigen, die euch vielleicht auch Hintergründe erklären? Ich freue mich über euer Feedback. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.